Hallo, ich bin Tommy und lese gerne die lustigen Taschenbücher. Heute möchte ich euch erzählen, was für den Band 547 aufgefallen ist. Das Umschlagbild reiht sich fast nahtlos in die vielen Sommerferienumschläge der letzten Jahre ein. Wenn ich mir das Bild so anschaue, mit dem Ball und der Taucherbrille, dann habe ich das Gefühl, dass Tick, Trick und Track vor 8 Jahren von genau diesem Urlaub geträumt haben, nämlich hier auf dem Umschlag von LTB 445. Das aktuelle Umschlagbild ist zwar nicht identisch mit dem eines Mickey Mouse Magazins aus dem Jahr 2017, aber trotzdem fast gleich und mindestens davon inspiriert. So wie Tick, Trick und Track damit Taucherbrille, Schwimmring, Badetuch um den Hals und Surfbrett aus der Schule und in die Sommerferien stürmen. Im dänischen Original ist auch der Ball mit drauf. Nur auf die Schulranzen oder wie wir bei uns in der Schweiz sagen, die Schulsäcke oder Schulteke wurde verzichtet. Dagoberts Gamaschen sind endgültig abgenutzt und kaputt. Ob ihm wohl Gustav welche leiht? Aber der besitzt ebenfalls nur ein einziges Paar. Eine Schneiderin hatte sie ihm vor vielen Jahren geschenkt. Und in all dieser Zeit haben sich die Gamaschen kein bisschen abgenutzt. Es stellt sich nämlich heraus, sie bestehen aus einem letzten Rest eines magischen Stoffs. Ein Vorfahre der Schneiderin hatte ihn, so die Erzählung, von einer mächtigen Fee erhalten. Das erklärt auch, wieso es Daniel Düsentrieb nicht gelungen ist, den Stoff zu zerschneiden oder ein Loch reinzubohren. Da frage ich mich aber schon, wie denn die Schneiderin es geschafft hatte, den Stoff zu schneiden und eine Nadel mit Faden hineinzustechen. Das macht für mich keinen Sinn. Es sei denn, die Fee hätte der Frau auch gleich magisches Schneiderzeug mitgegeben. Aber noch etwas anderes macht für mich keinen Sinn. Dagobert interessiert sich enorm für diesen unzerstörbaren Stoff. Dabei sollte er ihn eigentlich fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Denn das sehen wir ja in der Geschichte. Die Vorfahren der Schneiderin haben Kleider aus dem Stoff armen Leuten geschenkt, die so nie mehr neue Kleider kaufen mussten, weil sie ja ewig hielten. Dagobert würde aus diesem Material hergestellte Sachen also genau ein einziges Mal verkaufen und dann nie wieder etwas. Das ist doch wirklich der Albtraum eines jeden Unternehmers. Der spezielle Stoff von Gustavs Gamaschen haben mich gleich an eine Geschichte mit Gamma erinnert, Mickys Freund aus der Zukunft. Seine Hose ist zwar nicht unzerstörbar, aber ebenfalls aus ganz speziellem Material, mit einem riesigen Fassungsvermögen für alle möglichen Gegenstände, die Gamma bei Bedarf daraus hervorziehen kann. Skateboards, Tennisschläger, Schwimmflossen, Fahrräder, Computer und vieles mehr. Nur einmal gab es damit ein grosses Problem. Eben genau in dieser Geschichte, in LTB 183, ist Gamas Hose plötzlich verschwunden und er deshalb komplett niedergeschlagen. Micky und Goofy machen sich auf eine richtiggehende Irrfahrt, um das Kleidungsstück wieder zu beschaffen, das die Putzfrau zur Wäscherei gebracht hat, wo es einfach weggegeben wurde. Und zwar an einen Erfinder, der ganz begeistert ist vom Material der Hose. Er hat den Stoff umgefärbt und daraus einen Rucksack entworfen. Doch auch der ist nicht mehr da. Es wird ziemlich wild, bis Micky und Goofy alle Einzelteile wiedergefunden haben. Gamma hat sich zum Glück wieder ganz erholt. Doch wie kommt er nun an eine neue Hose? Na klar, er zieht einfach eine neue aus dem Rucksack. Dagobert und Klaas Klever wollen beide an den Schatz von Almuflone. Den hat er der verstorbene Gangsterboss scheinbar im Garten der Villa Rosa vergraben. Die Villa Rosa, das ehemalige Hauptquartier des ersten Fantomias, gehört heute Donald. Beide wollen sie ihm nun abkaufen. Doch der wehrt sich. Er will unbedingt verhindern, dass die beiden den Garten umgraben und dabei vielleicht auf weitere Geheimnisse von Fantomias stoßen. Da kommt Gustav mit ins Spiel. Er hat zu Hause ein altes Lotterie losgefunden, mit dem er eigentlich die Villa Rosa hätte gewinnen sollen. Wir erinnern uns an die allererste Geschichte mit Fantomias, hier in LTB 41. Dort hat der Postbote das Päckchen mit dem Schlüssel Donald statt Gustav gebracht. Diese allererste Geschichte mit Donalds Geheimidentität als Rächer der Schwachen und Unterdrückten war schon Thema von vielen LTB-Geschichten. Die Macher der aktuellen Geschichte haben so viel Liebe für Fantomias, dass es auch für Referenzen an die zweite Geschichte reicht, Fantomias in Aktion. Von dort stammt das Chamäleon-Spray, mit dem die Farbe von Donalds Auto von rot zu schwarz und wieder zurückwechselt. Auch die Schnarch-Attrappe ist da, die Donald in seinem Bett versteckt. Wenn Tick-Trick und Traktor Schlüsselloch schauen, haben sie so das Gefühl, Donald würde im Bett liegen und schlafen. Okay, der Schleudersitz stammt wieder aus der ersten Fantomias-Geschichte und ebenso der Stahlfresser, mit dem Fantomias Dagoberts Türschloss knackt. Schliesslich festigt Donald Fantomias mit der Hilfe von Primus seine Stellung. Wird ein Lotterie-Gewinn falsch vergeben, wird der Besitz eines solchen Preises rechtskräftig, wenn ihn der wahre Gewinner nicht innerhalb von fünf Jahren einfordert. Was nicht geschah. Die Villa gehört nun also unwiderruflich Donald. Gut gemacht. Scheinbar reicht es, sich einen Plastik-Schnabel umzubinden und ein Matrosen-Jäcken anzuziehen, damit dich alle für Donald halten. Dass Wendelin knackt, damit sogar Dagobert und Daisy täuschen kann, ist dann aber doch eher bedenklich. Den Cousin der Panzerknacker hatten wir in LTB 461 schon mal getroffen. So informiert uns diese Box hier. Und nicht nur das. Wir erhalten sogar eine kleine Rückschau auf die damalige Geschichte. Da befreien die Panzerknacker Wendelin aus dem Gefängnis, um sich an Fantomias zu rächen. Sie geben ihm die Schuld daran, dass sie mit ihren Verbrechen immer versagen. Und so verkleidet sich Wendelin als Fantomias, um ihn lächerlich zu machen. Und um ihn als Verbrecher hinzustellen. Und das gelingt ihm auch, ohne dass jemand den Unterschied merkt. Doch die Panzerknacker freuen sich zu früh, denn Wendelin trickst nämlich auch sie aus. Er reisst sich die ganze Beute aus dem Diebstahl bei Dagobert unter den Nagel und lässt die Panzerknacker dafür gerade stehen. Dieser Verräter! Das geht wirklich gar nicht. Da machen die Panzerknacker sogar mit ihrem ärgsten Feind gemeinsame Sache, um Wendelin zu stoppen. Was ihnen dann schlussendlich auch gelingt. Als Donald und die Panzerknacker aus den Gefängnistürmen verzweifelt ein Wärter gerade über dem Kreuzworträtselheft. Gesucht wird eine Missetat in der Bank mit acht Buchstaben. Überfall ruft ihm einer der Panzerknacker zu. Aber das passt ja überhaupt nicht. Hat denn die Übersetzerin oder der Übersetzer noch nie ein Kreuzworträtsel ausgefüllt? Umlaute werden immer ausgeschrieben, also AE, OE oder UE. Überfall würde man damit mit neun Buchstaben schreiben, nicht mit acht. Das Wort hätte keinen Platz. Bei acht Buchstaben tippe ich eher auf Bankraub. Vielleicht passt's. In der etwas wirren Gummigeschichte ist Micky dem Bösewichten auf der Spur und stellt fest, der Name des Dessertisolo ist nur ein Anagramm. Ein Anagramm ist ein Wort, das durch Umstellen von Buchstaben eines anderen Worts gebildet wird. Oder auch mehrere Worte aus anderen Worten. Teilweise reichen schon wenige Buchstaben, um aus der Biene Beine zu machen. Oder man mischt wirklich kräftig durch, um Oma Duck eine Mac-Doku schauen zu lassen. In der Geschichte entpuppt sich das Reinigungsunternehmen Larkle als Anagramm von Kralle, der es gegründet hatte. Oder eben, hinter der Verkleidung von Dessertisolo kommt Dolores Distel zum Vorschein. Naja, Anagramme außerhalb von Rätselheftchen sind meiner Meinung nach überbewertet. Das letzte Mal, als sich ein Bösewicht die Mühe gemacht hatte, seinen Namen so zu tarnen, war wohl in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Da nutzt Tom Riddle ein Anagramm, um zu sagen, dass er Lord Voldemort ist. Deswegen heißt Tom Riddle übrigens in allen Sprachen anders. Denn nur so war es möglich, das passende Anagramm aus seinem Namen zu bilden. Gustav besucht Oma Duck, um seinem Glück zu entkommen. Er mag einfach nicht noch eine Weltreise gewinnen der Arme. Aber einfach so rumsitzen gibt es bei Oma Duck nicht. Er soll sich nützlich machen. Also will er unter anderem beim Kochen helfen. Da ist Oma Duck skeptisch. Aber wieso eigentlich? Denn vor einem guten halben Jahr hat sie ihn schon mal beim Kochen erlebt. In LTB 540 werden die beiden Zeuge eines Bankraubs. Weil sie danach bedroht werden, werden sie vom Zeugenschutzprogramm an einen abgelegenen Ort in Sicherheit gebracht. In einem Bergrestaurant. Sie erhalten auch neue Identitäten. Als Gustav wird Sepp Spätzle Koch und als Oma Duck Flora Feudel Mädchen für alles. Und das kommt nicht nur mir komisch vor. Bald schon muss Gustav die ersten Gerichte kochen. Und hat davon natürlich keine Ahnung. Gut, dass er sich auch hier auf sein Glück verlassen kann. Denn was dabei rauskommt, schmeckt scheinbar wirklich gut. Der Glücksgöttin Fortuna kannst du offenbar zu jeder Zeit vertrauen. Wovor hattest du also Angst? Fragt Oma Duck. So müsste sie eigentlich auch in der aktuellen Geschichte wissen, dass es gut kommt. Obwohl Gustav völlig ahnungslos in der Küche hantiert. Mein Highlight von LTB 547 ist Daisy, die durch einen Zauberunfall plötzlich ganz groß wird. Hey, da hätte sie gut zum großen Franz aus dem letzten LTB gepasst. Doch Daisy mag das gar nicht. Und gibt Gundl so richtig Saures. Ui, da bekommt sie ja ganz schön was ab. Aber ich glaube, verdient hat sie es. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen Kanal oder klicke hier, um ein anderes LTB-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!